ich hoffe ich habe hier nirgend... so aufnahme ist an ich habe das da unten abgebaut ja weil wir ja Zellulose hergestellt hatten oder hier für die Kohle hier drauf was dennoch Kohle ja kann es ruhig noch herstellen da können wir die Ofen oben anfeuern ja wir brauchen noch Kohle auch wenn die schon... ne wir brauchen Kohle ja das braucht doch lange oder du stellst am stück gerade mal Quale her ja das braucht doch schön lange ja das habe ich das habe ich gemerkt braucht echt lang die dort raus die dort raus die sortieren wir hier mit ein das brauchen wir nicht so nuclear craft musik das braucht keiner schissikowski also die hätte ich mir gerne angehört ne zu spät jetzt ist sie weg toll kommst du irgendwann wieder aus wieder hab ich was haben sauerstoff ich brauch sauerstoff wohnen willst du mal alles haben wenn was falsch bei dir wie wie weil ich wollte mir die anhören ja genau was ist eigentlich falsch bei dir was ist falsch bei dir da ist doch bloß drauf hört sich heute genauso nicht anders an also los langweil ich doch nicht ähm wir waren nicht denk dran ja oh moin jo ne ach Cassie achso kann mal jemand nachgucken was die Cassie geschrieben hat ich sehe das nicht ich sehe das ich nein ja dann gehst du nachter ich höre ich höre heul heul xd ach Cassie nicht wein du kriegst den Tyrox dann wieder du könnt da ganz viel wule wule bubu machen juhu wule wule bubu ja ok für Melvin einfach ausgedrückt die Bumsen wie die Kanickel achso Bumsen wie die Kanickel ok gotthilfe force färbt ab ja schön 73% schonmal ey ich komm hier raus und sehe nur die bäume brennen ja es sieht doch episch aus wunderschön in der hölle mein SOS ist weg weißt du, bei uns fackelt es gerade alles ab und das einzige, wo du dich beschwerst, mein SOS zu klingeln du brennst ja wieder du brennst wieder Tyrox hat gepupst ja, es tut mir leid ich hab halt Blähungen Tyrox kennst Tyrox da hinten steht einer und guckt uns zu Tyrox hat gefurzt und mit dem Feuerzeug gespielt was hast du gesagt das ist doch nicht wahr vor allem wie lange das brennt hier ich sterb gleich du bist tot danke für die Info wie lange brennt das noch bis dem die Sauerstoff ausgeht unsere Base brennt auch und ich glaube Tyrox hat sich verliebt ich glaube Schöne wääääää Index das ist das wääääää huiiiii Tyrox, sein Freund fliegt weg wo seid ihr den? sein Name Schneemann Kassier ohhh nein bitte nicht oh god oh Tyrox springt erstmal ins Feuer Feuerwehr, Mannsinn. Oh, nee. Soll ich das abbauen mit einem Polytool? Nein, tu es nicht. Schade. Ich bin gleich tot. Und wieder. Nein. Benutzt einfach die Axt. Gude, alte Axt. Warum? Davon... Ich kann. Ich meine Furze. Oh, ich werd grad ein bisschen müde. Äh, die doch. Hab ich. Alter, so gerne im Untergrund brennt's bei uns. Was hast du ge... Was war das für eine Wolke? Keine Ahnung. Das war die mexikanische Bohnensuppe. Pssst. Darf keiner wissen, dass ich in Mexiko war. Wir können auch sagen, Cassie war heimlich da und hat Feuerteufel gespielt. Mit ihren heißen Furzen. Oh Gott. Sie kann sich ja jetzt nicht verteidigen. Sie ist gemütet im Disco. Stimmt. Dunkelsten Geheimnisse kommen ans Licht. Oh yeah. Cassie mit ihrem süßen Arsch lässt so ne Dinge ab. Also... Dein Kerl tut mir leid, Cassie. Danke. Ach, stimmt, der Tyrox. Du tust mir leid. Oh. Oh. Stimmt ja. Da war ja... Aber raten wir, ihr seid doch noch Faust verheiratet. Stimmt. Oh, zum Glück. Tyrox will es wahr werden lassen, oder? Ja, so wie es aussieht auch. Naja, wenn Tyrox auf... Ne, das sag ich jetzt nicht. Sonst bin ich der Nächste, der stirbt irgendwo in dem nächsten Projekt. Apropos, wo ist mein Schlafanzug? Hier. Komischer Smiley. Reboot. Komischer Smiley. Ähm. Komischer Smiley. Was? Ich auch. Ah. Ja, Cassie, du musst das nicht verstehen, was wir vor uns geben. Wir leiden an Sauerstoffmangel. Wir leiden an Sauerstoff... Stimmt. Vor allem nicht wirklich gleich. Ähm. Apfelsäure. Wer kennt Apf... Kennt jemand. Die Apfel... Was? Ich verstehe immer nur Apfel. Auf Tyrox, da ist wieder ein Stackholz drin, ob jetzt was passt. Ich frag mich, was passiert, wenn ich mit dem Polytool einen Stein abbaue. Nein. Wir fangen jetzt weiter an. Wir müssen... Ja, diese... Produktivität. Wir müssen jetzt Produktivität... Produktivität... Au, au, au... Produktivität... Produktivität... Nein. Scheiße. Okay. Ich war produktiv. Produktivität... Produktivität... Ich will jetzt hier wirklich was schaffen, also... Och, Tyrox, lass doch mal den armen Dude in Ruhe. Sonst tut Sarah dich demnächst noch... Dauer... Schenten. Ihh, was? Was? Wie ist das? Wo ist denn Tyrox? Da oben. Ich warte halt auf ihn. Er hat Angst... Er hat Angst runter in den Untergrund zu kommen. Da, wo es schön heiß ist. Du willst mich killen, du willst mich killen. Wollte ich gar nicht. Nö. Nee, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ja, süß. Wollte es. Wollte es. Aua, aua. Warum stirbst du nicht? Ich hab dich gehittet. Tja. Ja, weil du nur Krypton drauf hast. Oh. Mehr... Mehr Dämpf... Erfolgt Tyrox, Mann. Hab ich schon. Gut. Komm, wir wollen produktiv werden. Sein. Ich springe. Ich springe. Ich hab die wieder Oxygen. Irgendwas ist da drauf bei mir, das sich zum Springbrin bringt. Ja, ich glaub, das war Helium. Was läuft denn da? Was ist los, Tyrox? Hä? Produktivität. Das, was aber auch entsteht. Vor allem, was wir übelst hin und her gerannt, um dich einmal zu hitten. Äh, ich hab Tro-Wabbel-Meteor-Chunk bekommen. Was ist das? Das ist meins. Ich hab dich damit beschossen. Warte, die Grafik sieht aber geil aus, davon. Melvin, ich hab ein Geschenk für dich. Ah ja, was denn? Hä? Das da. Was ist das für ein... Damit kann man schießen. Echt? Warte. Stimmt. Bing! So, oh hier, dein Ding ist fertig. Dein Aquala-Teil. Wow. Naja, wir haben die ja jetzt ja. Äh, hier, wie sieht's mit dem Solar-Pendel aus, Tyrox? Ist fertig. Achso. Kann man aber noch gar nicht abgeben, die Quest. Hä? Ähm, achso, du meinst es mit... Das Fünfer, du Solar-Pendel. Das Fünfer. Ja, das bekommen wir auf jeden Fall hin. Ja, dann. Wo bist du, Dude? Warte, ich, äh... Äh... Wo bist denn du? Das frage ich mich auch gerade, weil ich die ganze Zeit gefühlt werde. Hä, was? Äh... Äh... Äh, Melvin, was machst du mit Tyrox? Was, ey? Ey, dein Pulli-Tool. Ja, was ist mit dem? Äh... Heike, ich möchte einfach... Oh! Äh... Äh... Ich hab's nicht aufgesammelt, Leute. Ich bin nicht schuld. Ernsthaft? Äh, irgendeiner hat die Kiste eingesammelt. Au, das tut weh. Äh... Glück. Zum Glück. Ach, die Lust. Ich nehm' einen anderen Weg. Es gibt aber gern. Was, darunter? Nee, hier durch. Ist doch schon weg. Was, was ihr immer habt... Ach, nee, warte mal. Nur lol, die Kiste ist wirklich weg. Ähm... Salz. Unterdrucks, was hast du rausbekommen? Nee, du, Stein. Oh. Grunde genommen, Scheiße. Alles, was die machen, ist Scheiße. Echt? Scheiße. Echt? Nein, Alk, bitte nicht. Ähm, die Frage ist jetzt... Oh, ich kann hier Mobfarm anmachen. Ach, irgendeinen Typ. Ja. Hä? Von Stern. Das heißt, wir müssen jetzt einfach all unsere Sterne... Hier. 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 Nee, warte mal, ist null? Ach, hier. Nee, ich... Äh, was brauchst du für... Ich hab... Es ist acht Stück. Äh, acht Stück hast du? Guck mal, die Dimensionale Chestrad. Die gab's alle aus Quests. Ja, mehr brauche ich nicht. Du bist aber schön langsam. Ich liebe... Meck doch nicht. Hahaha.